Herzlich Willkommen! In diesem Video stellen wir die Fibel zur Förderung der psychosozialen Gesundheit junger Menschen vor. Sie richtet sich an alle Personen, die mit jungen Menschen arbeiten, wie Pädagoginnen, Pädagogen, Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter und viele mehr. Unser Ziel ist es, das Bewusstsein für die vielfältigen Möglichkeiten, zur Stärkung der psychosozialen Gesundheit von jungen Menschen aufzuzeigen. Außerdem wollen wir euch dazu ermutigen, gemeinsam aktiv zu werden, um gesunde Lebenswelten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu schaffen. In dem Video informieren wir über Ressourcen und vielversprechende Ansätze, mit denen das Wohlbefinden von jungen Menschen gezielt gestärkt werden kann. Wir präsentieren eine große Vielfalt kostenloser, qualitätsgesicherer Tools und eine Übersicht von Unterstützungsangeboten aus ganz Österreich. Kindheit und Jugend sind sensible Lebensphasen. In diesen Phasen haben junge Menschen viele Entwicklungsaufgaben zu meistern. Damit gehen Veränderungen und Herausforderungen einher, zu deren Bewältigung junge Menschen ein unterstützendes und gesundheitsförderndes Umfeld brauchen. Laut aktueller Jugendstudien sind junge Menschen vor allem gute, harmonische Beziehungen wichtig. Sie streben nach Eigenverantwortung, Gestaltungsspielraum und Mitbestimmung. Jugendliche blicken trotz gesellschaftlicher Herausforderungen wie der Klimakrise, Armutskrisen und Kriegen durchaus positiv in die Zukunft. Neueste Gesundheitsdaten zum Wohlbefinden junger Menschen zeigen daher positive wie negative Entwicklungen. Von den Schülerinnen und Schülern berichten drei Viertel, dass sie gute Freundschaften haben. Insgesamt ist jedoch fast jede und jeder dritte Jugendliche mit dem eigenen Leben nicht sehr zufrieden. Die psychische Gesundheit ist besonders bei Mädchen beeinträchtigt. Sie sind deutlich häufiger gereizt oder schlecht gelaunt, nervös und niedergeschlagen als Buben des gleichen Alters. Diese Daten zeigen auch, dass Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter eine höhere psychosoziale Gesundheitskompetenz aufweisen. Trotzdem weiß auch von den älteren Jugendlichen rund die Hälfte nicht, an wen sie sich wenden können, wenn es ihnen oder ihren Mitmenschen psychisch schlecht geht. Diese Zahlen, Daten und Fakten zeigen, dass ein großer Informationsbedarf vorhanden ist und dass zielgruppenspezifische und bedarfsorientierte Angebote, wie sie in der Fibel vorgestellt werden, zur Förderung der psychosozialen Gesundheit von jungen Menschen aktuell besonders wichtig sind. Konkrete Studienergebnisse zu unseren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie in der Fibel bei Literatur und Links. Was macht psychosoziale Gesundheit aus? Es gibt mehrere Komponenten, die unser psychosoziales Wohlbefinden beeinflussen und die wir gezielt stärken können. Sie können von dem sogenannten PERMA-Modell der positiven Psychologie abgeleitet werden. PERMA steht für damit sind positive Beziehungen und soziale Verbundenheit gemeint. M Im Englischen Meaning, also Sinn im Leben zu erfahren und Teil eines großen Ganzen, einer Gemeinschaft zu sein. Und A Im Englischen Accomplishment, mit dem das Erleben von Leistungsfähigkeit und Erfolgserlebnissen einhergeht. Um körperliche Komponenten, die das psychosoziale Wohlbefinden auch beeinflussen, sichtbar zu machen, wurde das Modell noch um körperliche Vitalität erweitert. Auch das ABC der psychosozialen Gesundheit greift Elemente aus der positiven Psychologie auf. ABC steht für Act, Belong, Commit. Diese drei handlungs- und ressourcenorientierten Botschaften informieren und sensibilisieren, auf einfache Weise, was jede und jeder Einzelne tun kann, um die eigene psychosoziale Gesundheit und die von anderen zu stärken. A Act oder auf Deutsch Achte auf dich besagt Tu etwas, das dir Freude bereitet. Sei aktiv, ob mental, körperlich oder sozial. Denn damit förderst du positive Gefühle in deinem Alltag und stärkst aktiv dein Selbstvertrauen. B Belong oder auf Deutsch Bleibe in Kontakt besagt Unternimm etwas gemeinsam mit anderen. Stärke deine sozialen Beziehungen, um verbunden zu sein, dich zugehörig zu fühlen, soziale Unterstützung zu erfahren und Zusammenhalt zu erleben. Und C Commit Leg den Fokus auf das Engagement. Check dein Umfeld. Fordert dazu auf, sich für etwas zu engagieren. Es besagt, beteilige dich und erlebe Sinn. Das fördert die Selbstwirksamkeit und die Resilienz. Denn es tut gut, Erfolge zu feiern und in der Gemeinschaft Sinn zu erleben. Gerade wenn es in einem Bereich nicht so gut läuft, zum Beispiel bei den Beziehungen oder den Leistungen, können die ABC-Botschaften dabei helfen, etwas zu tun, das das Wohlbefinden trotzdem stärkt. Für jede Lebensphase und Entwicklungsstufe von Kindern und Jugendlichen gibt es viele verschiedene psychosoziale Unterstützungsangebote. Gesundheitsfördernde Maßnahmen setzen nicht nur direkt bei Einzelnen, sondern insbesondere an der Gestaltung der Lebenswelten an. Schule- und Freizeitangebote im außerschulischen Bereich sind neben dem familiären Umfeld besonders wichtige Bereiche, um gesundheitsfördernde Maßnahmen zu setzen. Auf vier Maßnahmen gehen wir hier genauer ein. Lebenskompetenzprogramme für junge Menschen, Maßnahmen für ein besseres Klassenklima, Maßnahmen zur gesundheitsfördernden Schulentwicklung und Maßnahmen zur breiten Sensibilisierung für Wohlbefinden. Lebenskompetenzprogramme fördern gezielt alle jene Fähigkeiten und Fertigkeiten junger Menschen, die sie brauchen, um mit altersgemäßen Herausforderungen des täglichen Lebens zurechtzukommen. Das sind emotionale und soziale Kompetenzen, eine positive Selbstwahrnehmung, Problemlösekompetenz ebenso wie die psychosoziale Gesundheitskompetenz. Werden Lebenskompetenzprogramme richtig durchgeführt, wirken sie sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden junger Menschen aus und sogar auf die Lernleistung und später auf den Erfolg im Beruf. Damit das gelingt, müssen die Programme auch in der Praxis richtig umgesetzt werden und ein strukturiertes, aufeinander aufbauendes Lernen ermöglichen. Sie müssen interaktiv gestaltet sein, in der empfohlenen Intensität des jeweiligen Programmes sowie rechtzeitig, entwicklungsangemessen und mit ausreichend motivierten jungen Menschen durchgeführt werden. Konflikte sind ein häufiger Belastungsfaktor in der Schule. Maßnahmen, die Pädagoginnen dabei unterstützen, gelingende Beziehungen und ein positives, soziales Miteinander im pädagogischen Alltag zu fördern, stärken sowohl das psychosoziale Wohlbefinden von PädagogInn als auch das von SchülerInn. Zudem verbessert sich die Arbeitszufriedenheit von Lehrkräften und Kinder und Jugendliche können entspannter und besser lernen. Mit gesundheitsfördernden Angeboten gilt es daher, verschiedene psychosoziale Ressourcen von PädagogInnen gezielt zu stärken. Möglichkeiten, das zu tun, sind die Stärkung der Kompetenz für Selbstfürsorge, Stressbewältigung und Burnoutprävention, die Stärkung der gegenseitigen Unterstützung und Zusammenarbeit von KollegInnen und der Schulleitung. Das kann zum Beispiel in Gesundheitsförderungsprojekten, in internen Teammeetings oder in extern begleiteten Workshops passieren. Unterstützend ist auch Supervision im Team und Intervision. Die gesundheitsfördernde Schulentwicklung ist die dritte hier vorgestellte wirksame Maßnahme zur Förderung der psychosozialen Gesundheit und zur Gewaltprävention. Schulentwicklung wird standortspezifisch und partizipativ umgesetzt. Sie hilft, für das Thema zu sensibilisieren, Gemeinsam werden Ideen für die Umsetzung gesundheitsfördernder und präventiver Maßnahmen entwickelt. Für den Umgang mit psychischen Problemen und Erkrankungen können Abläufe für ein besseres Case-Management definiert werden. Also welche Gespräche mit wem notwendig sind. Wohin kann vermittelt werden? Auch breite Sensibilisierungsmaßnahmen und Informationen tragen wirksam zur Förderung der psychosozialen Gesundheit bei. Informationskampagnen, die international schon in vielen Ländern erprobt wurden, setzen auf einfach verständliche, handlungsorientierte Botschaften. Sie kommunizieren breitenwirksam und sensibilisieren für die verschiedenen Komponenten, die das Wohlbefinden fördern. Sie vermitteln wissenschaftlich fundiertes Wissen in einfacher Weise und können in verschiedenen Lebenswelten leicht umgesetzt werden. Die Bevölkerung wird damit sensibilisiert, empowert und aktiviert. Außerdem wird das Engagement von Fachkräften, Organisationen und EntscheidungsträgerInnen durch Vernetzung und Austausch unterstützt. Das vergrößert die Handlungsspielräume und Ressourcen jedes und jeder Einzelnen und schärft das Bewusstsein für die Rahmenbedingungen, die es braucht, damit das Wohlbefinden verbessert und erhalten wird. Hierzu zählen auch zielgruppenspezifische Initiativen wie das ABC der psychosozialen Gesundheit, die in Österreich seit 2023 umgesetzt wird und gezielt junge Menschen in den Blick nimmt. Solche Initiativen ermöglichen eine Bündelung von besonders relevanten Ressourcen und bedarfsorientierten Angeboten. Der Wohlfühlpool ist eine Online-Plattform zum Thema psychosoziale Gesundheit von jungen Menschen in Österreich. Sie richtet sich an alle Personen, die mit jungen Menschen arbeiten, wie Pädagoginnen, Pädagogen, Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter und viele mehr. Neben hilfreichen Informationen zur psychosozialen Gesundheitsförderung gibt es dort eine Sammlung qualitätsgesicherter Materialien, Leitfäden, Veranstaltungs- und Weiterbildungsangebote und inspirierende Leuchtturmprojekte zu entdecken. Organisationen, die sich für die psychosoziale Gesundheit junger Menschen engagieren, stellen sich auf dem Wohlfühlpool außerdem als BündnispartnerInnen der Initiative ABC der psychosozialen Gesundheit junger Menschen vor und stellen ihre Angebote vor. Schauen auch Sie auf den Wohlfühlpool und finden Sie kostenlose Tools zur Förderung der psychosozialen Gesundheit von Menschen in unserer Toolbox. All diese Tools wurden nach Qualitätskriterien der Gesundheitsförderung geprüft und auf dem Wohlfühlpool für Sie gebündelt. Jetzt mehr erfahren auf www.wohlfühl-pool.at